In Dithmarschen hat man es vorgemacht und jetzt zieht Nordfriesland nach. Der Landrat des Kreises, Dieter Hasen, plant vier neue große Landschaftsschutzgebiete. Damit will er verhindern, dass auf diesen Flächen Windkraftanlagen entstehen. Es geht um mehrere hundert Quadratkilometer. Für die Landwirtschaft soll sich in den betroffenen Gebieten nichts ändern. Es geht, so Hasen, in erster Linie darum, das traditionelle Erscheinungsbild der Heimat unverfälscht zu erhalten. Und dazu gehöre, keine Windkraftanlagen zuzulassen.